Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, ich hatte keine Affäre. Und Ihre Frau? Ja. Wie lang ist das her? Ja, das ist so sechs Monate her. Hat Ihre Frau eine Lebensversicherung? Wie hoch? Keine Ahnung. Ein paar Millionen. Ist doch Standard, oder? Ja, nein, ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich bin Kopf, ich mache nicht so viel Geld wie ein Unternehmer. Also habe ich meine Frau verschleppt. Und ich will Sie umbringen und kassiere Ihre riesige Versicherungspolize. Es ist das, worauf Sie hinaus wollen, ernsthaft. Ist das nur alles zu bedenken? Nein, meine Frau könnte mittlerweile drei verdammte Staaten weit weg sein. Und Sie sitzen hier und stellen mir beschissene und unnötige Fragen. Ich habe nichts damit zu tun, was ihr passiert ist. Es muss jetzt sofort gehandelt werden, Detective. Ich brauche Ihre scheiß Hilfe. Oder soll ich mich allein drum kümmern? Ich muss Sie das fragen. Wie läuft Ihre Ehe? Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Was ist denn los? Ich werde tanken müssen. Es ist fast leer. Ich weiß, es ist die Arbeit. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht auf da war. Ich weiß einfach nicht, was es ist. Du weißt nicht, was falsch läuft. Wir wissen ja, was passiert, wenn du dich unausgefüllt fühlst. Das hatten wir schon. Ich fühle absolut gar nichts mehr. Ich suche meine Frau. Haben Sie hier zufällig eine Frau gesehen? Keine Ahnung. Lisa! 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 Ist sie hier? Nein, sie ist nicht. Sie ist doch bei dir. Solltest du sie nicht hier absetzen? Eben war sie noch da und im nächsten Moment war sie einfach weg. Hattet ihr Streit? Ist es das, worum es geht? Nein, Ron, Ron. Wie lautet Ihr Notfall? Ja, ich möchte eine vermisste Person melden. Meine Frau. Ich brauche die Aufnahmen von der Überwachungskamera. Die Kamera ist seit ein paar Wochen kaputt. Sie sagten, die Kamera geht nicht. Die läuft. Was ist hier los? Ich habe kein Video hier, okay? Hey, was? Okay! Okay, nehmt Sie! Was ist hier bloß los? Wer ist dieser Mann? Hatten Sie eine Affäre? Nein, ich hatte keine Affäre. Und Ihre Frau? Wo ist sie? Steigen Sie aus dem Fahrzeug, Sir. Öffnen Sie bitte den Kofferraum. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich war nicht beim Secret Service oder den Special Forces. Aber wenn jemand meiner Frau wehtut, dann bricht die Helle los. Die dancing durch mich noch nicht überprüft ist, Ich bin Mama in Wanderinger, dass ich da eine the lead habe. Ich bin Mama in Wander am Auto. Untertitelung des ZDF, 2020